Was wir noch nach dem Interview vergessen haben, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Eine super Verlosung, nämlich der Frank verlost eine Platte. Kein Digital Release, eine richtige Vinyl. Ja, die wollte ich für euch signieren und halt zur Verlosung freigeben, äh verschenken. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen werde ich die jetzt mal signieren. Macht es. Soll ich? Ja, auf jeden Fall. Grüße an die Fans. Grüße für die geile Party, Frank Quitter. So, für euch. Alles drauf. Für euch einmal die CombatSkill20. Haut in die Tassen. Was müssen die Leute eigentlich machen? Die müssen nur bei Facebook slash Mixery on Stage, ähm, ja, hinterlassen, warum sie eigentlich diese Platte haben möchten. Dann lasst euch was Lustiges einfallen, dann seid vielleicht ihr oder du der Gewinner dieser Schaltplatte.